Ich bin bei der 17, ich ziehe vor, ich wandle um und ja. Ich bin auch bei der 17. Ich auch. Gut. Ich bin bei der 20, ich bin bei der 20. Ich ziehe vor. Ich ziehe vor und löffle einfach einen Löffel in meinen Mund. Alles klar. Wie gesagt, sie ist auch bei der 20, sie zieht ja vor, sie interessiert das auch nicht, sie pariert auch nicht mehr, sie ist wahlwütig. Zwei Schläge in die Magenkuhle von Abelmir für 1W6 plus 2. Kann ich mir das noch parieren oder ausweichen? Ja, wenn du willst, aua. Denkt an, die bekommen plus 5 auf die Attacke drauf und plus 5 auf den Schaden, wenn sie schaden. Das heißt, ihr kriegt jetzt 1W6 plus 7. Geil, Alter. Geil. Wirf mal bitte auf die Patzer-Tabelle. Nahkampf-Pratzer. Jetzt liegt der am Boden, der tritt die mir an. Wow, das ist ja richtig. Kampf und dann... Ach, Fernkampf-Pratzer. Wir waren Fernkampf-Pratzer. Das war Fernkampf-Pratzer. Kannst nochmal stolpern. Ja, du stolperst halt. Das war eine Aktion der Runde. Wow. Ja, okay. Wie gesagt, sie hatte zwei Sechser geworfen. 6 plus 2 sind 8 und nochmal 8. Nein, nein. Sie bekommt plus 5 auf den Schaden drauf in wahlwut und plus 5 auf den Attacke wurscht. Ach so, weil sie jetzt... 2 mal 13 TP. Wie hoch ist seine Konstitution? 13. Es muss übersteigen. Aber wenn du jetzt den Patzer geworfen... Du wirst einfach... Ich bestimme jetzt, dass du zum Boden fällst. Gut. Die Hälfte von dem Schaden kriegst du sowieso nochmal als echten. Er hat jetzt wahrscheinlich eine Menge Ausdauer verlust. Das heißt, wenn er nicht gleich Luft holt, ist er gleich K.O. Er ist jetzt... Also, du musst, wenn du Ausdauerpunkte über K.O. in einer Aktion verlierst, dann bist du sowieso mal weg. Deswegen, er ist beim ersten Schlag, ist er direkt knocked out. Nee, er hat wahrscheinlich einen Punkt Rüstungsschutz. Überall oder zwei. Ich bestimme jetzt einfach durch den Patzer, ist er ohnmächtig. Alles klar. Ja, das war die erste Aktion von ihr. Dann Ömer hatte vorgezogen die 17... Ömer sitzt im anderen Raum, er hat gelöffelt. Torgosch, will Torgosch noch mit der Wär 15 was tun? Du musst jetzt handeln. Ich stelle mich vor Ragnar. Also, ich schiebe die Tür hinter mich und stelle mich so davor so. Und grinse wie ein Honigkuchenpferd. Okay, dann hatte der Magier zum Fulminictus angesagt. Ja, Fulminictus Donnerkai, triff und töte wie ein Pfeil. Wenn ich merke, dass er... Nein, ich merke es nicht. Wie viele Aktionen braucht er? Zwei. Zwei, alles klar. Er ist am Ende der zweiten durch, das heißt, jetzt hat sie Zeit für dich. Wie viel TP macht er? Zwei W6 plus, äh, Sternchen, ne? Der macht 20 Schaden. Mhm. Macht aber keine Wunde. Dementsprechend kriegt sie 20 Schaden und kann weiterkämpfen, als ob nichts wäre. Hat natürlich Nasenbluten und Kopfschmerzen. Na, aber jetzt kriegt sie alles, die mit ihm war gut. Richtig. Gut, noch irgendwas, was ihr diese Runde machen wollt? Yalan hätte noch. Äh, sie geht jetzt... Ich kann schon sehen, dass sie gleich auf den Magier losgehen wird, ja? Ich glaube, du hast gerade eine Aktion ausgegeben, um den Magier da rausziehen zu wollen, ne? Ja, das war eigentlich schon davor, oder? Das kannst du dir denken mit deiner Kriegskunstprobe, aber noch hat sie sich nicht umgerät. Sie hat jetzt gerade mit dem ersten Schlag, äh, Abelmi ausgenockt und noch einen zweiten in die Magenkule hinterher gesetzt. Dann... Der fällt einfach um wie in den Sack. Sieht sie so aus, als würde sie Abelmi gleich jetzt noch einen Nein schenken, oder... Klar, ihre Augen leuchten rot und er hat sie gerade angegriffen. Du siehst, wie sie anfängt zu bluten, aus den Ohren, aus den Augen, aus der Nase, ohne Grund. Gut, dann möchte ich sie umtacken. Wie auch immer das geht. Ja, kannst du einfach in der Hüfte packen und vorhelfen. Haufen oder ringen? Mhm. Kannst du haben. Ja, sorry, ich muss jetzt zum Kampf hier. Der wird... Mein Morbel, ja, mein Morbel, ja, nicht in der Küche. Neckt in der Küche. Wow. Ich reine hier vor, ey. Patzer. Nee, ist kein Patzer. Ja, genau, richtig. Dann, ich gestattet dir... Du versuchst zu schlagen, triffst aus Versehen, oder verhedderst dich in der Robe von Abelmir, triffst ihn nicht, aber verhedderst dich da, und sie dreht sich um und greift jetzt Iolaus an. Ja, sie ist wieder auf der 20, sie zieht vor, sie greift zweimal an, sie ist wahlwütig. Iolaus, möchtest du reagieren? Dann greift sie vor und löffel nochmal. Okay. Gute Aktion. Ich klopfe einmal Eisenmann auf die Schulter. Ja, ich würde gerne parieren, zweimal. Zweimal parieren, äh, ja, Stab in der Hand, oder? Ja, natürlich, ich hab immer mehr Stab in der Hand. Dann kannst du zweimal parieren, zwei Angriffe. Einer trifft. Ich parier, sie kriegt halben Waffenschaden. Ja, wow. Äh, wenn sie Torwoller ist, hat sie vermutlich Hammerfaust, mit Hammerfaust hat sie vermutlich Eisennarm. Mit Eisennarm kriegst du diesen halben Waffenschaden nur als TPA. Ja, interessiert sie halt nicht. Sie pariert nicht. Ach ja. Ist ja egal. Sie kriegt ihn auch im Angriff. Du merkst, du hast kurz das Gefühl, als ob dein Magierstab knirschen würde und du hast kurz das Gefühl von knacken. Bist ja nicht sicher, ob es ihre Faust war oder dein Stab, der unzerbrechbar ist. Und du hast wirklich das Gefühl, dass du es nicht weißt. So, ähm, Jalan, möchtest du handeln? Äh, kann ich mich zwischen sie und Iolaus zwingen? Nö. Kannst von hinten angreifen. Dann möchte ich, ja, ich wieso grob uneidenhaft festhalten möchte. Ja, das ist mit uneidenhaft nichts zu tun. Ich möchte es ja nur festhalten. Also hier ist weder ein Duell noch sonst irgendwas. Dann will ich aber was auf Ringen haben. Ringenangriff. Das ist kein Problem, damit ich nur marginal schlechte. Nö. Was? Ich feiere das. Geil. Ich feiere das. Ich packe stattdessen halt Iolaus' Robe und du reißt da erstmal dran. Ja, richtig gut. Oh yeah. Ja, finde ich schön, dass nicht immer ich die Patzer würfel. So, äh, Iolaus hat einmal pariert. Du hast noch eine Aktion. Ja, aber ich habe gesagt, ich wandle um, also kann ich nichts anderes machen. Gut, dann wieder zwei Angriffe und sie sagt jetzt, ähm, sagt sie eine Finte an. Ja, sie macht sowieso nicht mehr Schmerzen. Also nicht, kann sie nicht in den Bruch. Ja, ja, richtig. Sie ist in Wahlwut. Kein Blut raus. Sie kann Wuchtschläge ansagen. Ja, dort dann Autowuchtschlag 5 und noch 5 Punkte Attacke basistechnisch mehr. Also das heißt ohne Erschwernis. Ja, dann. Die trufst mich fast jedem Angriff. Ja, komm, dann, 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 dann macht sie nochmal einen Dreierwuchtschlag. Dann kann sie nicht. Denkt, dass sie gegen ihn Erschwernis überkommt, weil sie gegen Bewaffnet kämpft und vermutlich, sie höhere Distanz kann. Ach komm, ich mache jetzt einen ganz normalen Angriff. Äh, wolltest du umwandeln? Parieren? Drei, ja. Okay. Dann trifft sie bei einem Maler. Alter, was ist denn bei mir los? Nächster Knockout. Außen Augen. Erste Parier weg. Ja. Der zweiten auch. Plus 4. Durch das Umwandeln. Nein! Nein. Und der nächste Knockout. Kostet jetzt nicht richtig Spaß. Kann man mit Stäben nicht umsonst umwandeln? Wenn man es vorher ansagt, ja, sonst muss man ja Kampfgespür haben. Ich habe es vorher angesagt. Aber ist egal, er hat eh eine 17 gewürfelt. Ja, aber er hat eine 17 gewürfelt. Ja, dann greift sie sich jetzt die beiden Magier und zieht sie nach draußen in den Schnee. Sie ist noch nicht fertig mit euch. Warum wird ihr noch nicht fertig? Eis und man sieht aus wie ein Kind und freut sich. Zumindest gewinnt, ich weiß nicht, wurden irgendwelche Wetten von Abelmir gemacht? Ich glaube, der kriegt gleich Geld, weil es eine Schlägerei gab. Und wenn er überlebt. Ich möchte sie immer noch irgendwie erstmal von den beiden wegziehen. Also nochmal ringen, bitte. Gut, nochmal ringen. Ich habe sowieso noch ganz übersteckt, aber dann Tellerchen zur Seite und steht mal auf. Und ist aber noch in einem Raum. Okay. Ja, Jalan springt jetzt auf ihren Rücken und klammert sich wie so ein kleines Äffchen, während sie sich einmal abduckt, ganz in Seelenruhe das eine Schlawittchen nimmt, das andere Schlawittchen und dann zieht sie beide raus durch die Tür nach draußen in den Schnee. Jalan hängt weiter oben auf dem Rücken und sie dreht sich einmal unglaublich wuchtig um und versucht Jalan dann mit ihrem eigenen Gewicht in den Türrahmen zu hämmern. Tickel. Macht sie sogar zweimal. Wie kann ich das parieren? Äh, Ringparade. Okay. Ja, möchte ich gerne zweimal tun. Sag mal, die sieben, das ist nicht geschafft. Dann haben wir die sieben geschwerte und die vier. Das ist dem, was ich nicht geschafft habe. Im Gegensatz zu euch habe ich wenigstens ein Minimum an Rüstung an hier. Jalan, Knockout. Glaube ich nicht, der hat eine Zugekunst, die in den Knocks zu fahren. Äh, sechs plus zwei, achso, nee, du hattest den ersten, hattest du... Ja, ich gebe mir erstmal Treffer zu. Genau, also sechs plus zwei sind acht plus fünf. Das sind 13. Der erste macht also 13. In den Bauch. Im Bauch, das sind dann also noch sieben. Gar nicht mal so gut. Und der zweite macht neun, wohin? Kopfkomponier hier nicht. Das sind dann acht. Das heißt, ich kriege... Zumindest fällst du nicht um, weil, wie gesagt, du musst über die Consti kommen. 15 TPA sind acht echte SP. Ja. Das ist das Wichtige. Äh, ich lasse dann los und bleib hier. Kein Bock. Ja, äh, sie haut in einen Magier auf so einen Schneehügel, steckt den Kopf richtig schön rein und drückt den anderen daneben und, äh, tritt noch zweimal, äh, hinterher und hat dann wohl ihre Wahlwut genug getan, äh. Es sei denn, die anderen möchten jetzt noch irgendwie reagieren und noch irgendwas tun, aber, äh, sie ist zumindest fertig. Nee, immer steht jetzt in der Küche. Kann ich noch einen Nachschlag haben? Äh, ja. Ja, ich habe, ich habe noch ein bisschen, ein bisschen habe ich noch was. Mein Gott, mein Gott. Bei, 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 zu waffen, die ist draußen. Nehmt sie mir bloß weg, ihr müsst sie bloß anwerben, sonst, mein Gott. Ja, die werden wir auf jeden Fall anwerben, die hat sich gerade voll bewiesen. Kann ich noch einen Glasschlag? Ja, ja, sehr wohl, wenn ihr sie mitnehmt. Ich, ich habe hier keine Küche mehr. Ich habe, ich habe noch oben ein Schlafzimmer. Wenn, wenn ihr schlafen wollt, wenn ihr hier schlafen wollt, dann müsst ihr sie mitnehmen, sonst, sonst bin ich ruiniert. Ich bin ruiniert. Ich werde mit den anderen reden, die hat sich gerade ziemlich gut bewiesen, finde ich. Man liegt bei dem Zwerg zu. Der Zwerg sieht sehr zufrieden mit sich selber aus. Starker, das habe ich ja gar nicht ahnen können, dass das so passiert. Nö. Also das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Yoga kommt wieder rein und nimmt die beiden Biere wieder in eine Pranke und trinkt weiter. Yoga? Weißt du, waffen ihr das wohl? Yoga, ihr seid eingestellt. Ausgezeichnet. Die anderen wollten mich nicht mitnehmen, weil ich immer so schnell ausraste. Ach, das verstehe ich gar nicht. Ich finde, ihr habt euch ganz gut bewiesen und ich schaue mal auf diese beiden Schneemänner da im Schlafzimmer. Weißt du, waffen ihr das wohl? Ich gehe mal zu den beiden hin und pflücke die aus dem Schnee raus. Hab ich jetzt noch meine Zwiebeln hier beide. Gesicht geschwollen, unter dem Auge aufgerissen, blaues Auge, die Nase von Abelmir ist komplett verkrümmt, also zur Seite gedreht. Guckst da nochmal hin, musst du fast so einen Spuckreiz wegignorieren, einmal selbst beherrschen. Und dann kannst du die Nase wieder einmal nehmen, beide Finger, und wieder gerade wie knacken. Wurde jetzt eigentlich mit einer Art Fakt, ich glaube, da ist so ein Balsam-Ring irgendwie. Ach so, ja, dann fängt der Ring an zu leuchten. Aber die beiden Magi sehen übelst zerschunden aus. Ja gut, du hast auch richtig die Luft aus deiner Magenkuhle rausbekommen. Muss es dich da auch unglaublich beherrschen, dass du da eigentlich zusammenbrichst. So, ihr beiden, auf die Beine, kommt schon. Dann mache ich den Schnee ein wenig ab. Was habt ihr euch gedacht, um Himmels Willen? Was ist passiert? Bei allen guten Göttern ist mir doch egal, was ihr von Torvalam haltet. Müsst ihr das denn machen? Ihr seht doch, was passiert ist. Richtig! Ihr beleuchtet die Frau, die Frau, von der man euch gesagt hat, dass sie so eine kurze Zündschnur hat. Und ihr wundert euch noch, dass ihr aufs Maul bekommt. Das wäre früher oder später sowieso passiert. Was ist die Frau? Ah, wo ist sie? Äh, sagt... Und ihr, mit euch bin ich noch nicht fertig. Und wo ist dieser dreckige Scheißzwerg? Sagt Jirudin, steht nicht auf Angriff auf einen Adeligen eine empfindliche Strafe, selbst im Mittelreich? Ja, meistens Schläge. Möchtet ihr vielleicht dem örtlichen Büttel vortragen, dass ihr die Frau anzuklagen gedenkt? Nun, es wird hier sicherlich ein gewisser, äh, Adeliger finden, der das echt durchsetzen kann. Ja, du kannst auch wohl erkennen, wie da gerade ein Typ mit, äh, breitkrämpigem Hut vorbeikommt, hat seine beiden Daumen in die Hose geschoben, kommt dann mit breitem Schritt gerade auf euch zu. Howdy, Freunde, was macht ihr hier in meiner Stadt für Krawal? Ich möchte Anklage erheben, gegen dieses Weib, dort drinnen. Oh, ihr meint Jorga? No, 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 dafür bin ich nicht zuständig. Wer ist dann dafür zuständig? Ich, ich bin der örtliche Büttel, aber das mache ich nicht, tut mir leid, meine Freunde. Ihr weigert euch also, Prajus recht durchzusetzen in dieser Stadt? Nein, ich weigere mich nicht, ich kann das einfach nicht. Nicht bei Jorga. Dann solltet ihr Ersatz finden für euch. Jemand, der es kann. Freunde, Freunde, wir trinken jetzt erstmal zusammen ein Bier beim, beim hiesigen Wirt. Er hat noch eine gute Küche, die funktioniert noch. Und, dann macht ihr hier keinen Krawal, ja? Was geschieht mit diesem Weib? Ho, willst du mir gerade, willst du mir gerade Ärger machen? Ich habe gesagt, ihr solltet ihr zur Ruhe bewahren, sonst seid ihr ganz, ganz schnell im Kittchen. Aber mir lasst gut sein. Ich verstehe die Sitten in diesem Reich nicht. Ebenfalls müssen, nein, Irodin haltet uns dieses Weib vom Leib. Ich werde nicht in ihre Nähe gehen. Sollte sie in meine Nähe kommen, werde ich handeln. Und euch habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Ihr könnt mich mal. Es ist mir ganz egal, was da drin gerade passiert ist. Aber ihr könnt doch nicht einfach hinstellen und anfangen rumzuzaubern. Der Frau lebt ihr das nicht aus der Nase. Was habt ihr getan? Entschuldigung, ich kann nicht sagen, wir werden von einer wütenden Torwallerin, die uns den Schäden einschlagen will. Freunde, ich habe gesagt, ihr sollt hier keine Krawaller machen, sonst sperre ich euch weg. Das geht ganz schnell, Rats of Hats. Ich bin hier um Frieden zu bringen. Ich verstehe. Frieden. Der Baron, das ist der Büttel. Ich kann sagen, das ist nicht der Baron, das ist einfach nur der Dorfscheriff. Und gut, dann wollt ihr doch sicherlich diesen beiden gelehrten Herren hier ein kleines Bierchen ausgeben, den Frieden im Dorf zu machen, nicht wahr? Ich verzichte auf das Bier von einem solchen Büttel. Und geht euch ausruhen. Wir müssen morgen weiter. Und wir werden nicht mit diesem Weib reisen. Egal was passiert, wenn ich da oben verrecke auf der schwarzen Sichel. Dann könnt ihr heute Nacht auf der Straße schlafen, hat der Wirt uns wissen lassen. In dem Fall sollten wir weiterreisen. Wir werden nicht. Nun, dann bleibt ihr wohl hier. Als hier wieder nach drinnen kommt, kannst du sehen, wie, ja, die Leute haben sich so ein bisschen um Yoga versammelt und sie erzählt gerade Geschichten. Bei Swafnir, das wolle, dann habe ich seinen Kopf genommen und ihn in das Wasser getaucht. Bei Swafnir. Das war ein guter Kampf. Bei Swafnir. Und was ist dann passiert? Dann bin ich auf einer Seelschlange gerettet. Auf der längsten, die ich je gesehen habe. Der Bei Swafnir. Bei Swafnir. Ich sehe schon, Eisenmann wird Torballer. Ich sehe jetzt eigentlich meine Vorurteile gegen den Magier jetzt erstmal wieder ab. Ja, 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 ja. Das war völlig in Ordnung. Ich bin hoch zufrieden mit dir. So baut man seine Nachteile ab. Ja, ich sehe aus, die ich glücklich hier aus. Weiß ich mal nicht, soll ich seit langem wieder so viel, so herzhaft lachen? Ja, ne? Also das war auch natürlich scheinbar gut zu tun. Das war auf jeden Fall eine gute Prügelei bei Swafnir. Bei Swafnir, das wohl. Das hätte sogar Angrosch gefallen und ich nicke. Ja, wenn ihr möchtet, ihr könnt regenerieren, allerdings plus minus null, weil das ist halt nur ein Gasthaus, da ist nur die Kälte eben draus gehalten, die Betten sind nicht mehr im guten Zustand. Ja, das Essen schmeckt, das ist halt einfach. Es gibt Dinkel und Roggen, Brei und das Bier ist auch in Ordnung. Ich glaube, die Regeneration bei euch allen ist angesagt. Ich suche gerade, wie viele Punkte, wie viele Punkte, 13 haben sie mich getroffen, glaube ich, oder? Äh, einmal 13 und ich glaube nochmal 13, ne? Sollen wir nochmal Ausdauerpunkte, oder? Genau, Ausdauer und dann richtig genau. Also 13 LE. Ja, 13 LE. Okay. 14, weil zweimal halbe aufgerundet. Gut, 14. Ist aber keine Butter. Du warst nur ohnmächtig, aber dein Gesicht ist halt komplett zerschunden und aufgerissen und blutig und alles tut weh. Die Wunschwelle gegen Nahkampf ist ja auch um 2 erhöht. Ja, während ihr dann oben in eurem Schlafsaal komplett alleine liegen könnt, die Fensterläden klappern im Winterwind, könnt ihr euch noch etwas unterhalten, was ihr jetzt mit dieser Frau tut? Ob ihr sie hier lasst, oder ob ihr sie mitnehmt? Aber ich würde sagen, also ich würde sagen, diese Frau ist auf jeden Fall wichtig für den Überstieg. Sie hat jetzt nicht unbedingt die Beherrschung, wie ich bereits erwähnt habe, aber im Falle des Falles, dass irgendwas Schlimmes passiert, können wir sie für uns nutzen. Wir rufen also laut, hey da ein Ork, und sehen, was passiert. Wenn irgendwas passiert, dementsprechend ist ja. Also sie scheint mir kein Freund von Feigheit zu sein. Also, ich glaube, im Kampf ist sie durchaus zu nutzen. Und wenn sie hier schon länger herumläuft, scheint sie auch eine gute Wildnisführerin zu sein. Und wenn sie wieder ausrastet? Das ist nicht die erste blutgierige Wahnsinnige, mit der wir uns umschlagen müssen. Oh, ist das ganz simpel. Wenn sie mit uns reist, werde ich sie hier töten. Ich werde nichts dergleichen tun. Natürlich werde ich das. Wenn nicht ihr, dann ich. Ich werde nicht zulassen, dass ihr mit uns reist. Und dann wollt ihr da oben erfrieren? Und wer bringt uns dann über die Siche? Gehen die euch vielleicht im Gebirge raus? Lieber erfriere ich da oben, als dass ich im Schlaf verdrosselt werde von einer Verrückten. Ist doch das Gleiche. Du hast die Frau den Eindruck auf euch, als würde sie Leute im Schlaf verdrosseln. Also ich habe das Gefühl, dass die beiden Magier nicht bereit sind, nach Yolga Mak mit uns zu reisen, wenn sie solche Frauen bereits aus dem Konzept ziehen. Jetzt hört mal zu. Das Reich hat euch einen Auftrag gegeben und ihr werdet ihn ausführen. Und wenn wir dafür mit dieser Frau über die Banken reisen müssen, um darüber zu kommen, dann werdet ihr das verdammt nochmal tun. Jetzt reißt euch zusammen. Wir sind hier nicht im Horasreich, wo ihr euch in eine Loge setzen könnt und jeden Typen von der Straße rausschmeißen, der euch nicht unter die Nase passt. Sehe ich das für euch wie ein Horasier? Also bitte, wenn ihr schon rassistisch seid, dann seid bitte vernünftig rassistisch. Und ich stehe nicht im Auftrag des Reiches. Ich bin nicht mein Bürger des Reiches. Warum seid ihr dann hier? Nun, eigentlich aus dem Willen zur Hilfe. Aber scheinbar, ich werfe mal einen Blick auf unseren Werten Herrn Angroschim, ist das nicht sehr gewertschätzt und mehr Gefahr kommt aus den eigenen Reihen, aus von den Gegnern. Wer hat dieser Wahlwirt denn überhaupt erzählt, dass wir sie für schwach hielten? Ach, nur so eine richtige, das war eine richtige Prügelei, das war doch spannend. Sowas gibt es in Torwahl andauernd, habe ich gehört. Ihr wart es also, Igner? Was? Ihr hättet einfach Nein sagen können, Nabel mir, und die Sache wäre gegessen gewesen, aber nein, ihr musstet euer Mundwerk aufmachen und die Frau beleidigen. Der heißt Stahlmann. Wollte ich gerade sagen. Ihr Stahlmann. Ah, Stahlmann. Ich vergaß, vergaß. Verzeiht. Also, ich habe nur die Idee gesagt, was ihr mir immer sagt. Ich meine, bei uns in den Bergen prügeln wir uns auch. Sie hatte schon recht, irgendwie sind wir abgebrochene Torwaller. Ja, ich würde eher sagen, wir sind langgewachsene Zwerge. Das mag auch wohl sein. Ich glaube, das macht viel mehr Sinn, dass ihr auch aus der Erde gekrabbelt kommt. Aber, ich meine, du hättest dir vielleicht nicht sagen sollen, dass sie alle Vergewaltiger sind. Ich glaube, das hat ihr nicht gefallen. Also, dann ist sie auf jeden Fall, außerdem wird Ragnar da ja auch ein Vergewaltiger. Und ich finde, das ist ein ganz schön gemeiner Vorwurf. Ich habe gesagt, sie sind Frauenschänder, nicht Vergewaltiger. Der Unterschied ist... Das ist auch nicht richtig. Was sind denn jetzt, Frauenschänder oder Vergewaltiger? Also, ich habe noch keine Frau geschändet. Keine von der wir wissen. Keine von der wir wissen, richtig. Also, ich glaube, Ragnar ist auch gar... Oder Stark hat es auch gar nicht in der Lage, dass er diese Frau schänden könnte. Richtig. Mal guck dir die dünnen Nerbchen an den Mann da an. Ich traue auf mein Charisma, im Gegensatz zu anderen Leuten, die andere Leute einfach beschützen. Richtig. Naja, und der Wirt ist doch auch... Wir tun eine gute Tat. Der Wirt ist doch froh, wenn die Frau jetzt erstmal ein paar Tage weg ist und er mal erstmal wieder... ... vielleicht zwei, drei Wochen Ruhe hat. Dann genießen wir bestimmt einen guten Ruf an... ... wie heißt das? Wolfshark. Das wäre doch gut. Das wäre gut. Richtig, richtig. Aber das hat doch bestimmt einen Grund damit, dass sie loswerden will. Und jetzt haben wir sie am Hals, dieser Verrückte. Nun, aber ohne sie werden wir niemals über die schwarze Sichel kommen. Es wird da nicht nur einen Führer geben durch diese Berge hier in der Umgebung. Ich habe es zu Wagner schon gesagt. Findet mir einen anderen und zwar bis morgen früh. Ich bedeute aber mir... Nun, es ist kalt draußen. Ich habe mich bereits entschieden. Nun, dann werdet ihr ohne Anführer sein. Eisenmann, du als Anführer, wie siehst du das denn? Also, die Frau scheint kein Freund von Feigheit zu sein. Lange Erfahrung im Feld. Seid schon länger hier oben zu reisen. Kennt die Berge vermutlich besser als wir alle. Ohne sie werden wir da oben vermutlich erfrieren. Wenn die Herrn Magier es unbedingt vorziehen, jetzt noch rumzulaufen und an jedes Haus zu klopfen und zu gucken, ob irgendwo ein Wildnisführer sich findet. Und würde ich sie nicht aufhalten, aber vielleicht solltet ihr schlafen. Ihr seht nämlich ziemlich angeschlagen aus. Das ist wohl... Oh, tun wir das. Interessant. Habe ich gar nicht bemerkt. Und nein, ich werde nichts mit dir reisen, egal was ihr sagt. Ihr könnt Argumente bringen, so viel ihr wollt. Dann bleibt ihr hier. Das ist keine Argumentationssache und wir stimmen auch über nichts ab. Richtig, also man ist der Chef hier. Wir müssen über diese Berge und wir werden über diese Berge kommen. Mit euch oder ohne euch. Ich muss dem Herrn Jero niemals zustimmen. Hier steht mehr auf dem Spiel als eure Empfindlichkeiten und eure gebrochene Nase. Ihr bürgt als wird diese Frau. Also wenn ihr sie hier nochmal Vergewaltiger nennt, wird sie euch vermutlich nochmal auf die Schnauze hauen. Aber wenn ihr damit aufhört, wird sie euch vermutlich auf die Schnauze hauen. Ich meine nicht nur das, wenn sie auch gegenüber anderen ausrastet. Wenn wir irgendwelchen Leuten auf diesem Pass begegnen, die uns nicht besonders freundlich sind. Nun, der Werteherr von Dunkelstein hat auch schon für euch gebürgt und hat vielleicht aus seinen Fehlern gelernt. Vielleicht ist bürgen das falsche Wort. Also, ein Dunkelstein steht zu seinem Namen. Wollt ihr für sie bürgen oder wollt ihr nicht für sie bürgen? Das ist eine wahnsinnige Irre. Ich bürge für sie genauso weit, wie ich für Blutschluck gebürgt habe. Gar nicht. Und dann glaubt ihr, wir wollen wirklich mit ihr reisen. Es ist mir egal, was ihr wollt. Offensichtlich. Glaubt ihr nicht damit, dass ihr unsere Mission gefährdet, wenn ihr als solcher einen Irrer mitnimmt? Wenn sie unsere Mission gefährdet, wird sie aus dem Weg geräumt. Bis dahin nehmen wir sie mit. Aber sie ist bestimmt ortskundig und das ist etwas, was man echt... Das findet man nicht häufig. Ich werde mich daran erinnern. Ich glaube auch, dass die Frau eine ganz, ganz große Gefahr dafür stellt. Aber die Frau stellt auch eine ganz, ganz große Chance dar, die wir sonst nicht haben. Noch schneller zu sterben? Und die wäre? Naja, Ortskundigkeit. Aber ich kann es gerne nochmal buchstabieren. Nein, kann ich nicht. Aber... Oh, ihr könnt buchstabieren. Interessant. Er hat doch gesagt, nein, kann er nicht. Das kann ich nicht. Das ist lustig. Aber halt so wild. Braucht ihr das für eure Ohren, Magier? Nein. Ich wollte zum Beispiel euren eigenen Mund hören. Ja, ich halte die Frau auch für super gefährlich. Gründlich ist sie gefährlich. Auf dem Maras kann man das schon so. Ohne den Ortskundigen wären wir Eisenhardt verreckt. Jeden Tag zweimal.